Alter Jungs Sie haben einen geilen Turm Sie sind im Öffnen der Dich Steig jetzt in das Haus ein Hey, es ist mein Haus! Raus! Auf der offenen Tür Er schmeißt mich auf mein Haus raus! Nicht in den Ofen, nicht in den Ofen! Da rein mit dir! Nein! Aber hilf, hilf mir! Riki, komm Reiß mich in den Fluss Sind wir da? Ich glaub wir brauchen den Stein von da vorne nochmal Den Stein! Nicht den Stein! Ein Wagen Da ist ein Stein drauf Soll das ein Stein sein? Jetzt ich schieb Sieh du Dicke, wir sind ein Stein kaufen Ne Da muss ich ein Haus draus bauen Wir müssen aufs Dach Du Du Ich weiß es Oh Fuck Telefon Ah 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 Nein 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 Scheiße nicht einmal, dass ich auf den Stein nur stehen bleibe Ah So ein Scheiße hier Ah Ich bin da Kann mir runterfallen eigentlich Ach Hallo Ich bin Stolzschäffiger Hi Ich kann echt nicht runterfallen, das ist scheiße Nein Nein Au War mit dem Kopf um den Stein auf angehauen So Ich bin wieder da Wo ist denn die Arbeit? Nein Wenn die jetzt anrufen würden und sagen würden, ich muss kommen, dann würde ich den Vogel zeigen Oh 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 Ich bin da Oh 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 Boah Oh Oh, ich bin da dann kommt das zurück auch komm schon und ich bin wieder beim haus zurück setzt ich krieg die kacke lampe dann nicht geht nicht ich bin ja gerade gestorben bin ich denn jetzt gelingen warte mal ach ich bin beim alex gelandet du hast gerade gespawnt bist du hier gespawnt? ne ne wir können hier das tor aufmachen wie hat der aber das aufgemacht? noll, connection lost habt ihr connection gelostet? ja kannst du mir wieder beitreten? bist du mir offline wir müssen schnell lobby machen ich muss ne neue lobby machen oder wie ist es? also ich muss ne neue lobby machen dann kommt sie wieder jungs hallo ja so ungefähr aber ich kann dir jetzt jetzt wieder join also kannst du mir steuern? ich versuch's mal mhm join chat room enter response doesn't exist okay da machen wir hier den kleinen cut und wir machen gleich weiter sorry sind wir wieder aber ist jetzt alles gefixt wir haben nochmal kurz hier her laufen müssen ricky ist auch irgendwo noch hinten oder ricky? ne ich bin an der tür ach der andere seite von der tür ja ich krieg das schloss nicht kaputiert sag mal hilf mir warte welche tür schiebt ihr beide? ramburg ja ja weißt Alter wenn wir das zu kuruki machen würden oder jungs ich helfe euch ja doch aber ich schaff das irgendwie nicht ja doch aber ich schaff das irgendwie nicht du hast ja vorher auch schon geschafft deswegen wundert es mich ja ja ich glaube der stein hab mich ausgelockt der ist ja auch intelligent das tu also ich glaube auch ok ach fuck muss ich jetzt echt rüber kommen ja ich schaff's das nicht ich bin zu inkompetent zu viel rückgült schaffst das ach komm warum hat die der taste denn schon wieder nicht getriggert hallo moment stein wieso wie nein leite eine hart hochziehen sehe nicht oh hu äh, jungs es ist offen okay aber aber wir wissen wie ich das gemacht er spätestens in der folge aber schaut es mal hin schaut es waren es schloss sich noch dran ist einfach rausgepackt ich habe das auch einen legalen weg schafft richtig der komacht ist damals an neues gebiet ich schätze müssen irgendwie hoch oder ich glaube dass es auch ist Lass mich rein hier! Scheiße! Rikki, versuch hier in den Haus hinzusteigen. Okay, hier ist nichts. Achso! Boah! Super, ich hab's jetzt geschafft. Ja, wir brauchen den Stein da unten, Jungs. Ja genau, Rikki, den brauchen wir. Rikki, du schaffst es! Gar nicht so leicht, wie es aussieht. Es sieht doch nicht leicht aus. Aua, chillt hier. Ich hänge hier mal ein bisschen ab. Oh Gott! Warte mal! Warte mal! Rikki, lass mal da stehen. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Das war's einfach so! Mal schauen was hier kommt Oh nein! Eine Brechstange! Nein! Wir müssen die einhängen oder nicht? Scheiße! Irgendwie andersrum, ich muss nicht von da packen Man! Ich wollte bei der zweiten immer runter Aua! Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen Aber sie hängt zumindest schon mal da Aber sie hängt zumindest schon mal da Aber, Aua, wieso steigst du in die... Rickchen, du hier steigst immer in die Häuser ein Ja, was? Nö Oh, hier ist ein Fass, aber Ja, das war bei der Schmiede Also hast du hingezogen Mhm Hallo! Wir müssen da rüber Ach, du Kacke Komm hoch, komm Oh, Alex, das war knapp Das Ding ist aber auch verdammt locker, ne? Ja, das hab ich da hinhängen müssen erst Wo bist du da? Hä, wo bist du ja aber? Pünkt Sturm Also... Ich glaub, wir brauchen... Ist das ein Hamsterrad? Ist das einfach ein fucking Hamsterrad? Nein! Aber stell dich mal auf den Stern drauf Äh, auf den Stern drauf, Aua Ja, du musst weiter runter Reicht das? Ja Jetzt fahr ich dich hoch Aber, aber du musst irgendwie erst halten Ups Sag mal, wir drücken hier an der Taktiker, der zieht das Brett hier runter Aber das ist auch nicht so leicht Nein! Nein! Was machen wir jetzt mit dem Brett? Hallo, ich hab auch nicht Ich hebe es hoch und der Alex hebt mich hoch Aber du musst noch weiter unten rein Äh, ich bin zu weit Warte, nimmst du mal mit hier rüber Ist das auf dem Stein? Ist das auf dem Stein drauflegen, dass man so eine Rampe haben, weißt? Wirklich kannst du nicht runterfahren in die andere Richtung Warte, wir müssen noch zu weiter zu dir, Aua Wir hängen hier irgendwo Ne Zeit Weiter runter Ah, man macht das alleine hier Warte Okay Loslassen Okay, ich nehm das Brett wieder mit Gut Gut, Alex Sehr gut, Alex Gut, Alex Aber du musst die andere Seite bitte hochheben Warte, warte Warte Jetzt du noch rüber Wenn das Brett drüben hat Warte, warte Wir müssen es aber noch ein bisschen hochschieben Ja So, Alex Jetzt, jetzt, jetzt Ich bleib mal hier so Reicht jetzt wird es zeit zum rutschen ja eine rutsche das erste mal kommt das fass runter ein freund das fass aber das war jetzt da kurz kurz der rauf ab 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 aber nichts hat sich geschafft ja ich hatte ja doch das was dabei das muss man rollen aber nicht so viel sowieso runter befüllen lassen warte 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 jetzt muss ich immer so zu dir rüber machen das fassen wir sind immer noch jetzt passt so jetzt wird schiebt runter es kommt du hinterher die ich auch noch okay ich komme ich hätte erst mal ein bisschen weg ich glaube bei uns reicht das wenn wir schon von da rüber springen glaube ich habe es gleich verkackt nein ricky nein und das was weiß ja gibt es mal wieder die frage ist wo wir das fast brauchen da drüben dann ja nicht so aber du musst um kippt noch einfach schieben einfach schieben ist gut heißt es wieder typisch alex statt den anderen beim arbeiten zu ja hat der maul rick ist vorne herum gestanden nie wieder aufstellen ich muss es weiter noch zum aber schieben genau aber nicht so weit drehen jetzt jetzt runter und auch ein bisschen schief gehen